Schöne Neuigkeiten von Tore und Jana Schölermann Das Ehepaar verkündet im Netz, Nachwuchs zu erwarten, bald sind sie zu viert. Tore, 39, und Jana Schölermann, 36, könnten nicht glücklicher sein. Sie werden zum zweiten Mal Eltern. Die süßen News gibt das Ehepaar am Sonntag 14. Januar 2024 via Instagram bekannt. Tore und Jana Schölermann verkünden Baby-News. Ab jetzt wird unser Leben noch bunter, schreibt das Ehepaar zu einem Schnappschuss, auf dem es sich an den Händen hält. In der Mitte sitzt Töchterchen Ilvi, die im Dezember 2021 das Licht der Welt erblickt hat. Neben dem kleinen Mädchen liegt ein positiver Schwangerschaftstest. Schnell sammeln sich zahlreiche prominente Glückwünsche unter dem Posting. Oh wie schön! Herzlichen Glückwunsch! Schreibt unter anderem Influencerin Sarah Harrison, 32. Moderatorin Jana Ina Zarella, 47, kommentiert mit einem Herzchen. Ich freue mich sehr für euch. Jana und Schölermann sind seit 2019 verheiratet, 2010 lernten sie sich am Set der 2015 abgesetzten ARD-Soap Verbotene Liebe kennen und lieben. Amen. Amen. Amen.